Und damit herzlich willkommen zurück zu Skyrim. Hier sind wir nach, glaube ich, neun Folgen gefühlt, also ungefähr zehn Stunden Spielzeit, was auch immer. Wir haben, ja, so gut wie überhaupt noch nichts geschissen bekommen eigentlich, weil die da oben, die rufen noch, die wollen uns irgendwie kennenlernen. Aber was wir haben, ist ein Haus. Ist das nicht schön? Ich finde das klasse. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ich finde das toll. Lydia? Findest du gut? Findest du gut? Gut. Das Einzige ist, Lydia, ähm... Ich bin direkt hinter euch. Ja, das ist sehr, sehr schön von dir. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Mhm. Und das ist auch sehr, sehr nett von dir. Das Einzige, was wir aber machen müssen, ist, guck mal, du hast da so eine ganz tolle Rüstung, wirklich eine wahnsinnig schöne Rüstung. Die muss ich dir leider abnehmen. Du darfst gerne die Silberrüstung und den Silberhelm und auch den Reisemantel, den finde ich auch cool irgendwie. Geht ihr voran? Der passt auch gerade extrem gut zu der daedrischen Rüstung, aber ich finde die Rüstung immer noch ein bisschen zu gut für dich. Ähm, nein, also natürlich für Lydia ist nichts zu gut, aber du weißt, was ich meine. Alles klar, ich war schon ein bisschen im Haus drin. Ihr habt vielleicht gerade gesehen, mein Inventar ist schon ein wenig leer. Wir gucken uns erstmal hier ein bisschen um. Fangen wir mal an, falls du das nicht kennst. Hier ist eine Schmiede, da können wir machen. Also ein Schmelzer, hier ist eine Schmiede, hier liegt ein Fell, das nehme ich mal mit, ist auch schön. Ich weiß nicht, warum das da noch liegt. Eine Werkbank, wir haben da zwei Fässer, eine Truhe und so weiter. Wir haben da ein Tanning Rack, wir können hier schleifen, wir können alles hier machen, was das, äh, ja, wie heißt es, Skyrim-Hersteller, wer, äh, Herz begehrt. Können wir eigentlich alles hier mehr oder weniger machen. Ich habe hier schon ein bisschen sortiert, das heißt, in dieser Schantulle ist so ein Kupferdiadem und da würde ich tatsächlich auch, ähm, die Deidrische Rüstung und den Großchampion-Helm reintun. Einfach nur, damit die sicher verwahrt sind, hier draußen in einer unabgeschlossenen Schantulle. Hier in der Truhe habe ich, ähm, alle Sachen gemacht, die zum Craften sind, einfach nur, damit die erst einmal weg sind. Ähm, müssen wir daran denken, dass die da sind. Die beiden Hörner, die lasse ich da drauf liegen, weil ich das schön will. Sonst habe ich hier, äh, noch nicht weiter geguckt. Wir haben hier ein bisschen Essen, ein bisschen Sack und so weiter. Ist auch sehr hübsch, aber nicht zu lange damit aufhalten. Ich gehe erstmal hier rein, ähm, hier steht, ja, was zu unserem Haus, habe ich mir auch noch nicht durchgelesen. Dieses Heim und sein Umlohn stehen zum Verkauf. Ich habe viele Abenteuer in Himmelsrand erlebt, doch jetzt muss ich diese geschätzten Lande verlassen. Richtig. Der Krieg macht unser aller Leben schwer, doch ich befürchte, das Schlimmste steht uns noch bevor. Ich habe dem Vogt im Drachenfeste mit dem Kauf meines Guts beauftragt. Bei Interesse melde dich bei ihm. Okay, wir lassen das einfach mal da hängen, weil ich das irgendwie cool finde. Weiß ich nicht, aber wir gehen jetzt mal rein. Wir schauen uns mal um. Wie gesagt, ich habe mich schon umgeschaut. Umgeschaut. Und, äh, dieser Topf wollte anscheinend, ich weiß nicht, wo der herkommt, lag der da oben drauf? Au. Ich nehme den, der nervt. So, also, ähm, nochmal zurück. Hier ist unser Trautesheim mit Lydia dabei. Ich finde das wahnsinnig cool. Die ganze Architektur, das sieht so ein bisschen aus wie, wir haben wenig Platz, lass uns alles reinschmeißen, was es gibt. Ähm, viel habe ich hier nicht gemacht. Oder viel sortiert. Ich habe ja noch nicht viel rumgeschaut. Und, ähm, cool, ein paar Lederrucksäcke. Schade, dass wir einen gekauft haben. Aber, ich meine, äh, 75, 100 Gold oder das, das ist okay. Lassen wir mal da drinnen. Finde ich aber cool. Können wir uns nachher auch mal, wenn er wollt, auch mal die einzelnen Models anschauen. Hier ist unser Verzauberungsraum. Ähm, hier habe ich auch noch nicht so viel gemacht, außer halt alles, was wir an Zutaten für die Alchemie gesammelt haben, schon mal hier reingetan. Ähm, und Trankmischerbeutel, da sind ein paar Rezepte drin und warum auch immer die beiden, die tue ich mal. Ups, ups, hallo. Okay, ich sammle irgendeinen Mist auf, auch nicht schlecht. So, das tue ich mal da rein. Ähm, und, weiß ich nicht, Krugtasse, Topf, Krug, können wir auch mal demnächst irgendwie verkaufen. Nehmen wir einfach mal erstmal mit. Hier in dem Schrank sind ein paar Tränke drin, die lasse ich auch erst einmal da drin. Finde ich aber ganz cool. Ähm, sonst habe ich hier, glaube ich, noch nicht viel gemacht. Hier haben wir halt noch so ein paar Sachen zum Verzaubern. Äh, finde ich eigentlich ganz geil, dass wir so quasi so die Grundausstattung schon mal bekommen. Oh, da war Gold drin. Warte. So. Genau, ein paar viele Bücher. Der Schrein des Julianos. Oh, alle Krankheiten gehalten. Nice. Und Julianos Segen hinzugefügt. Was ist das denn? Äh, konnte ich das hier schauen? Ne, warte mal. Das war, doch, das müsste hier gewesen sein, ne? Äh, Julianos Segen. Nö. Hm, wo konnte ich das nochmal nachschauen? Irgendwo konnte ich das noch nachschauen, weil das zwei Objekte auch nicht. Äh, ja. Sag mir mal, wo ich diese Segen nochmal nachschauen kann, was die uns bringen. Sonst ja, große Seelensteine und so weiter. Das ist alles ganz normal. Hier ist die Küche. Wir sehen, wir haben hier eine ganze Menge an Essen, die wir nicht mitnehmen können. Aber hier so ein paar Sachen, die lasse ich erstmal liegen. Uns geht es im Moment ganz gut. Was aber ganz gut ist, hier haben wir einen Schrank. Da habe ich alles, was wir verbrauen können. Und halt auch so ein paar Sachen, die, äh, schon verbraut sind. Ich glaube, die nehme ich einfach mit erstmal, äh, hier drin. Äh, falls wir was zu essen machen wollen, können wir das dann aufsammeln, uns umdrehen. Hier einmal braten und wieder zurück. Das habe ich mir so gedacht. Hier ist unser Besteck, falls wir normal essen wollen. Ja, äh, ich ziehe das mal ein bisschen zu lange in die Länge. Lydia, komm. Äh. So, hier ist unser Bett, ähm, oder unser Schlafzimmer. Hier habe ich nichts reingetan. Hier können wir später noch Ausrüstungsgegenstände reintun, wenn wir wollen. Hier ist noch ein großer Turnister, der natürlich leer ist, weil ich da noch nichts reingetan habe. Und so weiter. Ähm, hier in dem Bücherschrank habe ich ein paar von unseren Büchern reingetan. Und natürlich, was ich total toll finde, hier ist ein Bücherregal. Da können wir Bücher reintun, die man hier dann auch sieht. Die fallen so ein bisschen um, wenn die nicht ganz voll sind. Aber das finde ich toll. Was ist das denn? Schrein von Akatosh. Alle Krankheiten geheilt. Akatosh-Sägen. Okay. Schrein von Mara. Okay. Wir haben einiges an Schreinen hier. Sagt mir mal, welcher Schrein cool ist und den nehmen wir dann. Beziehungsweise, wo wir nachschauen können. Alles klar. Der Tundra-Gut-Keller, den habe ich mir noch gar nicht angeschaut. Uh. Uh. Warte mal. Ich muss eben. Lydia, lass mich mal eben kurz vorbei. Ich muss eben, bevor wir das machen, was holen. Einen Moment. So, also hier ist der Keller. Entschuldigung dafür. Hier haben wir wieder einen Bücherschrank mit einiges an Büchern und so weiter. Einen schönen Sessel. Da können wir uns auch hinsetzen. Kann ich eigentlich Lydia befehlen, sich da auch hinzusetzen, dass man so zusammensitzt? Naja, weiß ich nicht. Da haben wir auch ein bisschen Pflanze. Naja, ich will da rein. Ich will jetzt gucken. Aua. Warum geht die Tür? Naja, egal. Hier ist unser wunderschöner Raum. Und da habe ich echt drauf... Also, den habe ich vorher nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass er existiert. Rubin-Drachen-Klaue. Ist er vier? Aha. Ah ja, genau. Wir haben den natürlich abgegeben. Wir müssen mal schauen, ob wir den vielleicht noch wieder bekommen. Können wir uns vielleicht umkümmern. Weiß ich nicht. Finde ich gut. Ähm. Dass hier die Drachen-Klauen sitzen. Sehr cool. Ähm. Vitrine. Da können wir was Dolch hier reintun. Uh. Also, wenn du die aktuell ausgerüstete Waffe... Können wir da reintun. Schmetterling im Glas. Libelle im Glas. Oh. Okay. Ihr seht, worauf es hinauslaufen wird. Konarik. Du kannst... Okay. Das weiß ich überhaupt nicht, was das ist. Okay. Holzmaske habe ich schon mal gesehen. Sind das Dädrische Fürsten? Ja, ne? Cool. Ähm. Sag mir mal. Also, wenn ihr Bock habt, ob ich rausfinden soll, wo die alle sind, ob wir das, äh, vervollständigen wollen. Irgendwie bin ich dabei. Möchte ich gerne. Waffenständer. Diamantlandstück. Ja, alles klar. Was haben wir da? Krug des Initianten. Auch hier als Schild. Aha. Die lassen wir da hängen. Aber, ja. Ihr seht, man kann hier eine ganze Menge lagern. Und das finde ich klasse. Und zwar unter anderem, deswegen bin ich gerade kurz planisch rausgerannt, ähm, möchte ich gerne die Dädrische Plattenrüstung und den Groß, weil ich den irgendwie witzig finde. So, und da können wir hier Sachen halt sammeln, die uns halt gefallen. Und, ähm, eigentlich möchte ich auch, haben wir denn noch ein Schwert dann übrig? Oder habe ich das eine, eben als Schwert des Donnerkeils? Genau, das möchte ich gerne irgendwo hinhängen. Vitrine. So, und zwar hängen wir das einfach mal hier an den Waffenständer. Zack. Cool. Cool, cool, cool. Das gefällt mir. Ich mag solche Räume. Ich glaube, früher bei Oblivion habe ich mal, äh, gemoddet. Also habe ich halt mir ein Haus gebaut, wo ich so einen ähnlichen Keller hatte. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Ähm, ja. Was ich jetzt machen möchte, ist erst einmal Lydia, halt wacht. Wir sehen uns morgen. Die darf hier nicht mit rein. Mädchen, raus. Das ist unser Schlafzimmer. Okay, wir schlafen erst einmal. Äh, acht Stunden ist okay. Und dann, ich habe heute nicht eigentlich, eigentlich noch gar keinen richtigen Plan für heute. Wir haben ja ein schönes Haus. Wir haben noch 10.000 Quests. Und ich schaue einfach mal. Ähm, aber erst einmal, was machen wir? Und ich denke, es ist mehr als genug Zeit, dass wir mal wieder ein bisschen Gesundheit bekommen. Ich mag Gesundheit haben. So. Und was ich auch machen möchte, ist Wiederherstellung ein bisschen besser machen. Ähm, und zwar, äh, ja, hier. Ein bisschen mehr, dass das, äh, dass wir länger heilen können und so weiter. Wir sind nicht unbedingt gut da drin. Ich weiß nicht, ob das eine kluge Idee ist, aber es ist meine Idee. Äh, äh, was meistens zusammenhängt. So, äh, noch einen. Alles klar. Zack. Ein Lachsbraten. So, hi, Lydia. Schön, dass du auch schlafen warst. Dann nehme ich noch mal kurz ein bisschen was zu essen mit. Gegrillter Lauch, ähm, und so ein paar Suppen. So. Genau. Was wir auch machen könnten wäre, hier ist ja ein Turnister. Da packe ich ein paar Pfeile rein. Äh, weil wir haben echt viele Pfeile. Und zwar packe ich die Nordpfeile einfach mal rein. Erst einmal, damit wir wissen, wir haben die und das ist da, glaube ich, ganz gut. Lydia. Bin immer noch da. Wie kann ich euch dienen, Tane? Sag mir mal kurz, was du alles dabei hast. Ebenerzpfeile, okay. Eisenpfeile, Fell. Ich nehme mal alles, was sie so an Klamotten und so weiter dabei hat. So, die Holzfällerachse, die möchte ich ihr geben. Und zwar dazu auch die Spitzhacke. Nur damit wir sie haben. So, vielen Dankeschön. Na, mal los. Und dann packen wir da auch wieder die Pfeile rein. Ich werde erstmal die Eisenpfeile so lange benutzen, wie es genehm ist, für mich persönlich. So, beschlagene Rüstung. Müssten wir eigentlich auch eine beschlagene Rüstung uns komplett sammeln, ähm, um die hier unten hinzustellen. Ich finde die cool. Also damit wir halt alles an Rüstung irgendwie haben. Und zwar machen wir das hier als erstes. Beschlagene Rüstung. So. Damit die da schon mal hängt. Einfach nur, damit es cool aussieht. Nebenbei, wir könnten auch mal ein Amulett anziehen. Und vielleicht, ne, den Ring brauchen wir nicht. Der hat nichts Interessantes. So. Wunderbar. Alles klar. Also, äh, Plan für heute. Wir schauen uns einfach mal an, was haben wir denn für, äh, Schicksalstreffen in Monshine. Ah, okay. Vielleicht, äh, hätten wir das mal machen sollen. Alles klar. Das ist mit dem Mädchen. Mhm. Äh, ja, wir sind ja zwischendurch abgehauen, weil wir ein Haus gebaut, äh, gekauft haben. Alles klar. Ich würde sagen, wir treffen uns in... Wie ist das jetzt? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Okay, vielen Dank. Lasst mal sehen. Was gibt es denn? Das war's dann wohl. Ich muss los. Okay, vielen Dank. Was hast du mir jetzt gegeben? Ich hab mir gerade, gerade ganz kurz weggeguckt und dann habe ich nicht... Rolle des Rufs zu Waffen. Nein, das war das Falsche. Äh, Herausforderung der Kriegerin. Aha. Begonnen. Hendraheim. Okay, ich sprich mit der Kriegerin. in den Hendraheim. Hendraheim sagt mir gar nichts. Okay. Vor langer Zeit haben meine Ahnen eine große Halle am Fuß des Berges nördlich der Gallenschluchtmine erbaut. Sie nannten sie Hendraheim, das Heim des Krieges, das selbst Sovngard in den Schatten stellte. Als Letzte meines Clans möchte ich dieses Heim einen echten Krieger überlassen. Ihr seid kein Nord, aber ich habe gehört, dass euer Geschick im Kampfe es mit einem unserer legendärsten Krieger aufnehmen kann. Beweist es. mit eurer Klinge. Edwina Schildfeuer. Okay, wo ist das? Hendraheim. Oh, ganz weit weg. Okay. Also ich weiß, dass das zufällig, ein bisschen mal weiß ich was vor dem Spiel. Ich weiß, dass das eine Quest ist für eine, ähm, für ein zweites Haus. Mehr oder weniger. der Kurier? Ja. Ja. Nein, tut mir leid. Nichts. Schade. Aber du darfst gerne, äh, hier ist Wasser, du darfst dich gerne waschen. Okay. Ne, also klar, ähm, ich fahre nach Falkenheim, Falkenring, äh, Falkenstadt, da unten, für die Quest, um rauszufinden, was mit diesem Mädchenmörder ist. Und, ähm, ich glaube, da sind wir, da gehen wir d'accord, dass das vielleicht relativ wichtig ist. Zumindest für mich. Wir sehen uns da. Habt ihr da draußen einen Hund gesehen? Ähm, ich, ein paar Wölfe? Ah, verstehe. Der Schmied hat eine Belohnung für einen Hund ausgesetzt, den er auf der Straße gesehen hatte. Meine Hoffnung war, dass ihr ihn vielleicht gesehen hättet. Ich werde dann wohl weiter wacher halten. Und ihr solltet euch während eures Aufenthalts hier lieber benehmen. Ja. Die Dämmerwacht sucht nach Leuten, die gegen die wachsende Vampirgefahr ankämpfen. Seid ihr dabei? Äh, okay, wir werden hier mit Quests zugeballert. Äh, Dämmerwacht schiebe ich tatsächlich. Die habe ich mal gemacht, die Quest, die fand ich persönlich, naja, also, äh, halbwegs. Jetzt nicht unbedingt die beste Quest des Tages. Ähm, muss ich gestehen. War so ein bisschen merkwürdig. Aber, was wir machen, ist hier mal reingehen und dann mal schauen, was der, ja, was er so sagt. Über, was auch immer. Guten Tag. Ich, äh, gehe mal kurz darunter. Ist okay, ne? Okay. Dö, 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 dö. Icredge Jail. Okay. Komisch, dass manche Sachen nicht übersetzt sind, aber es könnte mit den Mods zusammenhängen, die ich so habe. gehört, gehört, dass sie die Dämmerwacht zurück ins Leben gerufen haben. Haben die? War piep. Entschuldigung. Ihr braucht etwas? Ja, ich würde gerne mit dem Anderer reden, der im Wasser steht. Hallo? Wie unfair. Lydia, hallo? Kommst du? Kommt er hier rüber? Nee. Wie soll ich denn mit dem Sprechen jetzt mal ernsthaft? Kerkertür? Oh, nee. Ernsthaft? Okay, ich bleibe jetzt mal hier stehen und wir gucken mal, ob der gleich zu uns kommt. Hallo? Hallo? Okay, vielleicht, wenn ich uns mal so anschaue, vielleicht, na toll, so würde ich uns auf keinen Fall ansprechen wollen. Hallo? Na? Möchtest du vielleicht mit uns reden? Oh. Komm her. Ja? Ja, komm her. Ja, komm. Ja, komm her. Ähm. Okay. Aha, ich muss da einmal raus und wieder rein, dann kommt er hier an. Guten Tag. Ja, guten Tag. Seid ihr zum Monsterangaffen hier? Ja, bin ich. Ah, nee, ähm, also, wie ich hörte, hast du ein Mädchen getötet? Glaubt mir, ich wollte das niemals tun. Ich habe einfach die Kontrolle verloren. Das klingt nicht besonders gut. Ich habe versucht, es Ihnen zu sagen, aber niemand glaubt mir. Verstehe ich nicht. Dann ist allein dieser verdammte Ring schuld. Also, ja, okay. Welcher Ring? Das ist der Ring von Hirsine. Man sagte mir, ich könnte mit ihm meine Verwandlungen kontrollieren. Vielleicht hat es einmal funktioniert, aber ich werde es nie erfahren. Hirsine ließ es zu, dass ich ihn nahm und belegte ihn mit einem Fluch. Ich steckte ihn an. Die Verwandlungen kamen einfach. Ich wusste, Nivant, es passierte zu den unmöglichsten Zeiten. Auch bei dem kleinen Mädchen. Okay, also Hirsine, was sind das für Verwandlungen, von denen du da sprichst? Es bringt wohl nichts, das Geheimnis zu hüten, wenn ich hier sowieso sterben werde. Jo, erzähl mir alles. Ihr habt bestimmt schon mal von Menschen gehört, die sich unter dem Einfluss des Mondes in Bestien verwandeln. Ja. Ich bin einer von ihnen, ein Wehrwolf. Das ist mein Geheimnis und meine Schande. Deshalb wollte ich den Ring. Er sollte Menschen wie mir die Kontrolle über meine Verwandlungen geben. Nun sehe ich vielleicht aus wie ein Mann, aber ich spüre das Tier in mir immer noch, so stark wie zuvor. Okay, also so eine Art Wehrwolfspun-Trank, nur in Form eines Ringes, finde ich cool. Wer ist denn diese hier Sina? Kennt ihr nicht den Daedrischen Fürsten der Jagd? Nö. Er freut sich am Jagen und hat den Sterblichen auch das Geschenk der Lykanthropie gemacht. Toll. Eine starke Kraft, der man aus dem Weg gehen sollte. Das habe ich zu spät erfahren. Okay, einer der Daedrischen Fürsten. Es bestimmt ein Platz für einen Hut unten im Keller. Und deshalb habt ihr das Mädchen angegriffen. Ich war gerade nach Falkenring gekommen. Sie brauchten Hilfe in der Mühle und ich dachte, es wäre etwas Sicheres. Etwas, das ich tun könnte. Als ich das kleine Mädchen sah, war ich einfach... Ich konnte es spüren. Ich schmeckte die... Ich musste jagen. Aber dieser jämmerliche, beschränkte Körper war für die Jagd nicht gemacht. Langsam. Keine Krall. schwache Zähne, die nur Brei kauen können. Ich hielt meine Wut so lange es ging zurück, aber innerlich kochte ich. Sie wirkte so zerbrechlich. Hilflose Beute und dann... Es... Es ist schrecklich, was geschehen ist. Was ich getan habe. Es wäre wahrscheinlich das Beste für alle, wenn ich einfach verschwinden würde. Okay, bis vor den letzten Satz dachte ich, der hat überhaupt keine Reue. Aber ein bisschen... Ein bisschen Reue hat er ja doch. Also, was werdet ihr jetzt machen? Ich suche nach einer Möglichkeit, Hircine zu besänftigen. Es gibt eine Bestie in diesem Landstrich. Groß. Majestätisch. Ein Hund, oder? Man sagt, dass Hircine mit dem redet, der ihn tötet. Ich habe ihn bis in diesen Wald verfolgt, aber dann kam ein Unfall mit dem Kind dazwischen. Ich will um seine Vergebung bitten. Ihm den Ring zurückgeben. Doch während ich hier festsitze, zieht die Bestie frei umher. Alles klar. Also, ich nehme den Ring gerne an mich und gehe zu Hircine. Kein Problem. Oh. Ihr würdet das für mich tun? Hier, nehmt ihn. Ich will mit diesem verfluchten Ding nichts mehr zu tun haben. Such die Bestie. Sie streift durch die Wälder. Tötet sie und der Fürst der Jagd wird sich gnädig zeigen. Ich wünsche euch viel Glück, aber ich sollte verschwinden, solange ich noch meine Haut habe. Sollten sich unsere Wege noch einmal kreuzen, werde ich mich an eure Güte erinnern. Lebt wohl. Verfluchter Ring von Hircine hinzugefügt und ausgerüstet. Okay. Der Träger kann sich zufällig an einen Wolf verwandeln. Okay. Ja, wir sollten vielleicht ähm habt ihr das auch gehört? Hallo. Und auf Wiedersehen. Okay, wir töten die große Bestie. Alles klar. Cool. Ich vergesse immer wieder, also, jetzt nicht. Das, oh, okay. Ähm, ich vergesse immer wieder, dass Skyrim sowas wie Vampire und Werwölfe dabei hat. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum mein Kopf das nicht einfach abspeichern will, dass es so etwas in diesem Spiel gibt. Frag mich nicht. Es ist ein wenig bescheuert. So, wir gehen einfach mal dahin und gucken mal, was diese große Bestie da für uns hat. Hauptsache, wir verwandeln uns nicht plötzlich in ein, ah, wir verwandeln uns nicht plötzlich in einen Wehrwolf. Jetzt nicht hier in der Stadt. Obwohl, wir dürften ja noch einiges an, äh, wie nennt sich das nochmal, Kontrolle dort behalten, weil wir ja ein Playercharakter sind und kein Nicht-Playercharakter. Aber trotzdem, wir sollten auf jeden Fall aus der Stadt raus. So, einmal noch mal kurz gucken, ähm, eins ist Bogen, zwei ist Schwert. Okay. So. einmal wunderschön, dass wir uns unsichtbar machen können. Habe ich noch nicht viel benutzt, muss ich sagen. Aber irgendwann werden was bestimmt. So. Genau, also wir gehen einfach mal hier hoch und gucken. Hier haben wir doch bestimmt irgendwo was Interessantes. eine Höhle. Okay. Äh. Du siehst diesen Berg da vorne? Da kannst du hingehen. Und Tautauert hatte recht. Äh. Ich weiß nicht, wie ihr Skyrim spielt. Spielt ihr das auch so nach dem Motto, äh. Ah, okay. Warte. Warum kann ich nicht springen? So, jetzt kann ich. Äh. Oh, ich schaff das. Äh. Ja, okay. Wir laufen außen rum. Schade. Also ich versuche, oder was heißt, ich versuche, wenn ich alleine spiele, ohne dass du mir jetzt dabei zuguckst, bin ich tatsächlich so einer, der versucht mehr oder weniger jeden Berg irgendwie hochzuziehen und schauen, was er da oben befindet. Ähm. Also nicht unbedingt ohne Ziel, aber meistens laufe ich tatsächlich, äh, relativ geradlinig. Ich hab nur die roten Punkte da gesehen. Banditen. Besser Spruch. Wenn ihr tot seid, kann ich euch wenigstens. Was wollte er mir sagen? Na? Wo ist der Kollege? Oh. Lydia hat den Kollegen schon entdeckt. Ich seh ihn gar nicht. Oh, da oben jetzt. Klar. Wie seid ihr zum... Ähm. Okay, ich wollte gerade fragen. Achso, okay. Mein Computer hatte gerade Probleme mit der Physik. Die wollten uns Steine auf den Kopf werfen. Das, äh, finde ich persönlich eher ungünstig. Beste Fallen. Okay. Was habt ihr dabei? Fellrüstungen. Kann man auch überlegen, die unten auszustellen. Ich finde Fellrüstungen nicht ganz so cool. Ich finde die beschlagene Rüstung, die hat so ein... Ist so ein Teil für mich in dem Spiel einfach so, ja, das ist das... Die erste Rüstung, die man trägt. Deswegen wird die auf jeden Fall bei uns im Keller stehen. Ähm. Aber... Die Fellrüstung. Na. Das muss ich nicht. Wildbredkotelett. Mh. Lecker, lecker. Dankeschön. Da haben wir noch ein paar Stahlpfeile. Sehr schön. Wir könnten eigentlich auch auf Stahlpfeile aufrüsten, wenn du mich fragst. Aber erstmal nicht. Erstmal bleiben wir bei Eisenrüsten, äh, Eisenpfeilen, solange wie das Spiel mir noch sagt. Das ist okay. Irgendwann werden wir wechseln. Ich bin nämlich total bescheuert, was sowas angeht. Möglichst immer das schlechteste Rüstung oder schlechteste ähm Sachen benutzen, die man benutzen muss. Oh, guck mal. Da ist was. Oh. Ein weißer Hirsch. Mhm. So, okay. Wir müssen den also wirklich jagen. Ja, das Doofe ist, wir haben ja diese neue, also die Tier-KI an. Diese Animal-KI. Und das heißt, Hirsche sind keine Freunde von uns. Und die rennen auf jeden Fall immer weg. Auch wenn man die angreift, ist bei, äh, Vanilla Skyrim, glaube ich, nicht der Fall. Guck mal, der ist schon, der ist schon quasi weg. Naja, ich hoffe einfach, dass uns hier oben nicht so kalt wird. Die Luft ist sehr kalt. Okay. Oh, okay. Hallo. So. Da ist er. Der darf halt nur nicht so weit nach oben gehen, weil wir haben definitiv nicht warme Kleidung an. Nicht so warme. Hallo, Hirschi. Der Weg. Ähm, das wird eh witzig, wenn wir zu der grauen, ach, zu den, zu den Graubärten gehen. Die, die uns da auch nach oben rufen, weil ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, wenn wir, äh, ja, keine HP mehr haben, sind wir tot. Ja, toll. Die Luft ist eisig. Wir verlieren immer mehr HP. Diese Jagd ist echt kacke. Der ist immer weiter da oben rein. Okay. Ich glaube, wir müssen, äh, da anders rangehen. Sonst können wir uns gleich auf eine Suppe reinfahren, dann wird uns wieder warm. Kennst du? Oh, da. Okay. Ich versuche mal was. Hallo. Kann ich mal treffen? Mir ist sehr kalt. Okay. Ich hoffe nur, der kann nicht mehr weiter wegrennen. Okay, das scheint so, als wäre hier das Ende der KI. Ähm. Äh, damit habe ich vorher nicht gerechnet, als ich die Animal KI installiert habe. Hallo. Äh, hä? Ah, da, okay. Beste Jagd aller Zeiten. Warte mal, wir haben ja Stahlpfeile. Ich mach mal, dass wir ein bisschen mehr Schaden machen. So. Einmal die große Beste hier umgebracht. Oh. Ja, hallo. Wer bist du denn? Aspekt von Hirsine, okay. Seid gegrüßt, Jäger. Ja, hallo. Ist ein bisschen awkward, ne? Seid ihr Hirsine? Ich bin der Geist der Jagd. Nur ein flüchtiger Eindruck des ruhmreichen Pirschjägers, den eure Art Hirsine nennt. Okay. Oh, mir ist warm. Sehr schön. Ähm, werdet ihr den Fluch aufhegen, der auf diesem Ring lastet? Bitte? Ich kann es in Erwägung ziehen. Doch zunächst müsst ihr mir einen Dienst zu meinem Ruhm erweisen. Okay. Der, der ihn gestohlen hat, ist geflohen und hat sich, wie er glaubt, an seinen Zufluchtsort gerettet. Gestohlen hat? So wie ein Bär auf einem Baum klettert, um der Jagd zu entkommen, sich damit aber nur selbst in eine Falle manövriert. Such den abtrünnigen schlauen Fuchs. Reißt ihn die Haut vom Körper und bietet sie mir als Opfer dar. Ähm, ja, also von wegen, er hat mir nichts getan, er hat ein Kind umgebracht, also so soll es geschehen. Beallt euch, mein Jäger. Es wird eifern auch noch andere um meine Gunst. Etwas Konkurrenz für euch. Zögert nicht, während die Beute flieht. Okay, machen wir. Töte die große Bestie, beginne die Jagd. Gerne. Ich möchte aber erst noch einmal, ähm, hier, äh, ausnehmen. So. Achso, ja, genau. Angis Lager entdeckt, okay. Erstmal ausnehmen, weil wir brauchen auf jeden Fall das Fell. So. Unser, ähm, Häuten. Weil weißes Hirschfell. Ne, wir haben ruiniertes Fell bekommen. Toll. Dann nehmen wir die Zutaten raus. Ich finde das immer noch krass, wie lange das dauert. Ich würde das gerne einstellen können. Obwohl, was heißt können, ich kann mal kurz schauen. Ähm, Mod Konfiguration. Oh nein, Sample Horse. Okay, haben wir tatsächlich nichts. Ähm, ich finde das ein bisschen lange. Ich, also, wenn du mal guckst, wir haben jetzt quasi den ganzen Tag damit verbracht und uns wird halt mega hungrig dadurch. So. So, wir haben alles da rausgeholt. Was ist? Wildbrät Elch. Das ist halt super. Ähm, aber erst einmal eine Kartoffellauchsuppe. Mh. Mh. Lecker. Wo sitzt der? Oh, da. Beginne die Jagd. Okay. Alles klar. Dann machen wir uns auf den Weg. Und, weil ich es so witzig finde, kommt ihr jetzt mit und wir gehen einfach mal hier runter. Kriegen wir hin, oder? Ich schweigere mal. Kriegen wir hin. Ähm. Weil, äh. Das, das ist halt ein Teil für mich von Skyrim. Äh. Äh. So. Genau. Weil, äh, man muss halt die Geometrie der Berge finden. Und dann kommt man überall. Aua. Damit habe ich nicht gerechnet. Ähm. So, wir sterben jetzt einfach mal. Aber wir können ja dadurch erst mal leichte Rüstungskillen. Aua. So, und sind unten angekommen. Ist doch schön, oder? So. Einmal den Bogen wieder wegstecken. Und, ja, wir beginnen die Jagd. Also, machen wir uns auf den Weg. Ach ja, nur mal ganz kurz nebenbei, wo ich hier gerade so unterwegs bin, habe ich euch noch gar nicht erzählt. Wenn man diesen Weg geht, den ich gerade eben gegangen bin, dann sind die KI-Mitleitern ein bisschen verwirrt, was passiert. Weil, ähm, Lydia ist jetzt keine Ahnung. Ich hoffe, ich hoffe, ihr geht's gut. So, da sind wir auch schon ums Eck. Da vorne irgendwo wohnt der Vampir. Ah, der Weyerwolf auch genannt. wird, aber, äh, ja, mal schauen, was da auf uns wartet. Ich finde das, also, ja, auch wenn ich mich jedes Mal wiederhole und so weiter. Kennt ihr die Quests, die wir jetzt so gemacht haben? Ist das für euch so das typische Skyrim? Oder sagt ihr auch, ah, das wusste ich nicht? Weil, äh, Falkenring, um ehrlich zu sein, ist für mich so eine Stadt, da war ich im normalen Spiel, weil ich das Spiel normal gespielt habe, vielleicht einmal, wenn es hochkommt. Vielleicht auch zweimal. Aber, ähm, klar, da sind dann auch viele Quests, die ich einfach überhaupt nicht kenne und ich finde das super schön. Ich finde das total toll. Ich hätte das vorher, bevor ich mit Skyrim angefangen habe, niemals erwartet. Ähm, und deswegen sehr, sehr cool. Wie, wie viel Spiel einfach in diesem Spiel drin ist. Du darfst ruhig ausreden, Lydia, alles gut. Das, oh, ah, hallo. So, eine Höhle. Dann schauen wir mal. Ich denke, ich denke, wir werden den nicht aus dem Hinterhalt überraschen können. Ich glaube, wir werden mit dem reden müssen. Oh, ist das eine coole Höhle. So etwas habe ich noch nie gesehen. Da bist du ganz bei mir, absolut mit, ja. Wie cool ist das denn? Beginne die Jagd. Schließ dich der Jagd an. Okay. Batum Grabar. Okay. Stahlschwert. Ein paar Eisenpfeile, die nehme ich auf jeden Fall mit. Jagdbogen. Oh, wer bist du denn? Hat der Blutmond euch auch zur Jagd gerufen? Jagdgefährte? Ganz genau. Ähm, was ist hier passiert? Die Beute ist stark. Stärker als die Jäger. Das ist schlecht. Aber es werden mehr kommen. Er legt ihn zum Ruhm von Fürst Gersine. Fertigmachen. Kein Problem. Oh. Okay. Hier sieht ein Eisenschwert noch gar... Ganz gut aus. Naja. So. Also. Die Lydia, hallo. Also, wir sollen den Vampir töten. Den Wehrwolf, nicht den Vampir. Also glaube ich nicht, dass wir mit dem reden müssen. Ich habe erst gedacht, er säßt da irgendwo am Lagerfeuer, aber... Nee. Oh. Hallo. Ich speichere hier mal ab. Entdeckt. Gehe. Oh. Warum? Guten Tag. Ich habe den Auftrag, euch zu töten. Ja, hallo. Und ich würde es verdienen, oder? Meiner Meinung? Ja. Ich kann euch nicht davon abhalten, wenn ihr das tun wollt. Ersine ist zu mächtig. Aber wenn ihr mich verschont, kann ich euch ein starker Verbündeter sein. Und ich würde versprechen, nie wieder in die Zivilisation zurückzukehren. Ich weiß jetzt, dass ich nicht unter Menschen leben kann. Und wie soll er dann ein Verbündeter sein? Nee. Keine Chance, du musst sterben. Wie ihr wollt. Also gut. Toller Schuss. Okay, dann gehen wir mal zurück. Also zu dem hinten. Hallo. Wo bist du? Ah, du bist natürlich in eine Arena zurückgegangen. Ja, lieb'n Schatz. Wo? Wo bist du? Ich muss mal eben kurz die Truhe. Schutzgeist beschwören. Schutzgeist, ja. Leichter schleichen. Naja, auf jeden Fall. Makelloser Granatstein und ein bisschen Gold. Ich mach mal den Ring sofort an. Äh, da. Darf ich nicht. Weil wir ja einen verfluchten Ring gerade anhaben. Okay. Ist auch, also ist auch Skyrim-Logik, ne. Man darf nur einen Ring tragen. Da war der. Hast du gesehen? Hast du den gesehen? Nehme mal ein bisschen Hängemoos mit. Hängemoos ist mir das zweitliebste, was hängt. Ähm, so. Ein bisschen davon, ein bisschen davon. Vielen Dank. Da ein paar Zahras. Ja, das ist nichts Interessantes. Hallo, Zahrugana. Das brauchst du bestimmt nicht mehr. Hä, hä, hä. Oh, warte. Ähm, nein, das ist eine Pelzrüstung, die, wie gesagt, Verbänderterüstung, die will ich haben. Sonst stelle ich mir die, glaube ich, einfach her. Mal gucken. Ja. Torquild, der Furchtsame. Ich habe ein bisschen Angst, dass die alle Namen haben, aber ich glaube, das ist das Spiel, was mir einfach ein bisschen Angst machen will. Ähm. Ich weiß halt nicht, könnte man den Feuer töten? Wahrscheinlich nicht, ne. Wahrscheinlich muss man hier jetzt sehen, dass der so viele rumgebracht hat. Oh, hallo, Sinding. Hä, hä. Oh, Lydia steckt ordentlich ein, aber Sinding noch mehr. Wow. Lydia, geht's hier gut? Heute Sinding, okay. Hallo. Heute. Äh, ja, ich mache es. So, erst einmal, ähm, durch Sünden. Hallo. Sindings, äh, laut die Haut, äh, Sindings, leichte die Haut, ja. Das habt ihr gut gemacht. Hallo. Ich habe getan, worum ihr mich gebeten habt. Und hab euch meine Gunst verdient. Diese Haut wird euch gute Dienste leisten, Kind. Ich muss jetzt Werwolfhaut mit mir rumschleppen. Oh. 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 Danke sehr. Sindingshaut entfernt. Haut des Erretters hinzugefügt. Okay. Magieresistenz um 5, 3, auch 15 Punkte, steigert die Giftresistenz um 50. Okay. Okay. Auch cool. Coole Rüstung auf jeden Fall. Lydia, bist noch da? Alles klar. Coole Rüstung. Die lassen wir an. Finde ich sehr schön. Ähm. Auch wenn wir dann keine Elfenrüstung mehr haben. Aber, also ist das. Heratar, vielen Dank. Herator. Und Relkeran auch. Vielen Dank. Oh. Eisenschwert der Funken. Das muss ich mitnehmen. Das Geld. Und, äh, Jeezy. Du hast vier Dolche dabei. Ist das nicht ein bisschen viel, mein guter? Naja. Der wird schon wissen, was er damit zu tun hat. So. Also ich hab kein schlechtes Gewissen, dass wir den umgebracht haben. Auch wenn der nett war. Also man muss auch sagen, er war wirklich nett. Er, äh, wusste sich zu artikulieren. Man hat mit dem reden können. Ähm. Um noch ein paar Worte zu machen. Hallo. Ähm. Aber, äh, ja. Kindermörder, ne? Da ist, äh, da bin ich leider so erzogen worden. So. Blaue Magierrube nehmen wir auch mit. Hallo. Ähm. Entschuldigung. So. Jetzt können wir mal kurz gucken, haben die irgendwas Interessantes noch dabei? Wird das gar nichts? Ne Lederrüstung nehme ich mal mit. So. Also geldtechnisch, ich weiß gar nicht, wie geht's uns da eigentlich. Ja, 3000. Das ist okay. Das ist ein solide Geldschatz, den wir da haben. Boah, interessante Quest. Auf jeden Fall. Sehr cool. Und, äh, ja, Hendraheim, das ist halt weit weg. Obwohl eigentlich von uns aus hier gar nicht. Das machen wir doch. Oder? Was meinst du? Wir gehen nach Hendraheim. Hendraheim. Und schauen uns das einmal an. Und, äh, dann würde ich sagen, äh, also ich, ich stelle das jetzt mal so in den Raum. Wenn ihr Lust habt, geben wir in der nächsten Folge den Berg hoch zu den, zu den Stimmen, zu den Bauwerten und machen da mal ein bisschen Hauptquest, wenn ihr Bock habt. Sagt mir gerne in die Kommentare, weil ich bin da völlig flexibel. Von mir aus können wir auch noch die Hauptquest ein bisschen aufschieben, aber ich glaube, so langsam sollen wir mal so tun, als ob, ne? Oder, Alternative, wenn du bis hierhin gekommen bist, darfst du das Let's Play jetzt mitentscheiden. Alternative ist, wir gehen wieder zurück nach Falkenring und schauen uns da an, wen wir noch helfen können. Weil wir haben ja die Quest, wir sollen den Bewohnern dort helfen und ich hab das Gefühl, Lot wäre einer davon. Oh, hallo. Was ist mit dir los? Wer bist du? Ne, also Lot wäre einer davon, der nach dem Hund sucht. Der Schmied. Uns wurde gemeldet, dass es hier in der Nähe Schwierigkeiten gibt. Ich bin auf dem Weg dorthin, um der Sache nachzugehen. Okay, die sind alle tot. Brauchst du nicht hingehen. Ne, also, ähm, sagt mal Bescheid, ob ihr Bock habt, nach Falkenring zu gehen, dass wir Tane werden dort dann die kleinen Quests machen, was die Leute da vor uns her haben. Oder halt die Hauptquest. Ähm, und ja, wie gesagt, zur Not. Wenn, ja, wenn du doch keinen Bock auf Kommentare hast, dann entscheide ich. Ja, was war das? Naja, dann entscheide ich ganz einfach selber. Ne, soll ja auch mal passieren. So, und das nehmen wir auch mit. Was haben wir da? einen Besen, auch sehr schön. So ein bisschen, ach so, Pferd, du bist in eine Pferdefalle reingelaufen. Sehr gut. Hat auch nichts damit zu tun, dass ich den da quasi reingesetzt habe. Ein bisschen haben wir noch. Okay. Horst, komm her, ich bin Horst. Ähm, alles klar, wir sehen uns gleich. So, also ich bin tatsächlich nicht weit gelaufen. Ähm, ganz kurz noch zum Survival-Modus. Man kann darüber sagen, was man will, dass das ein unnötiger Spielmodus ist, dass das eigentlich nicht viel mehr an Gameplay-Aspekten dazu bringt. Cooles Haus. Aber was für mich interessant ist, was ich so beobachte, ähm, ich schneide das ja für euch raus, relativ häufig, hier ist schon wieder so ein Deckel. Ähm, ich schneide das ja raus, wenn wir von A nach B laufen, damit ihr nicht dazu gucken müsst, wie lange ich da so lang laufe. Das ist auch eine sehr coole Burg, müssen wir es auch mal anschauen. Ähm, nee, aber diese Welt ist so dicht gepackt mit allem, was da, was dazu passt, ne? Wir haben so viele Sachen, die wir entdecken und ich finde es so toll mit dem Hin- und Herlaufen und so weiter, hätte ich vorher niemals erwartet. Oh, das Setup kommt mir sehr bekannt vor. Ja, ja. Okay, eine magische Holzfäller-Axt. Guten Tag. So, sie möchten mit mir sprechen. Edwina, Schildfeuer. Ihr braucht etwas? Seid ihr die Nerin, die mich herausgefordert hat? Okay, ich habe euren Brief erhalten. Ich verstehe. Ähm, Eidwina? Kämpft, Wacker, oder sterbt. Okay, was hast du für ein Schwert? Bei Esmir, Edel, kommt ihr mir nicht raus. Oh, ein Feuerschwert. Oh, oh, oh. Nein, ergebe mich. Nein, ergebst du dich nicht. Du, gehst Richtung Nord. Oh Gott. Okay. Edwina, Schildfeuer. Okay, was für ein cooles Schwert. Das ist ein Orkschwert, ne? Nordschwert der sengenden Hitze. Steckt das Feu für 15 Schadenspunkte in Brand. Brennende Schilde, äh, Schilde, Ziele erleiden zusätzlich Schaden. Okay. Nehmen wir auf jeden Fall. Und um ehrlich zu sein, nehme ich die Schuppenrüstung auch. Ich weiß, wir lassen die dann hier ein bisschen nackig liegen. Wir nehmen die Notiz und natürlich den Schlüssel und ein paar Ringe. So. Und, äh, naja, du bleibst da liegen. Ähm, in Drahheim. Cool, wir lesen aber erst einmal kurz die Notiz durch. Als die Welt noch jung war, waren die Dinge einfacher. Entweder sie oder wir. Wir kämpften, um zu überleben und fanden Ruhm im Tod. Jetzt bekämpfen wir unsere eigenen Schildschwestern und Brüdern wegen Bannern, die so vergänglich wie der Wind sind. Als ich Ryarek auf dem Schlachtfeld tötete, schwor ich, meine Waffen ruhen zu lassen. Eine ehrenhafte Entscheidung, die beschämende Folgen hatte. Die Baden singen nicht über diejenigen, die in ihrem Heim sterben und von der Zeit gerichtet werden. Wenn ich ihn wiedersehen will, muss ich zu und auf den Weltlochenbrücken im Antlitz blicken und meinen Platz in der Halle der Tapferkeit verdienen. Ich vermisse dich, Bruder. Warte auf mich in Solvengard. Okay. Ich denke, wir haben ja einen Gefallen getan. Aber die hat uns ordentlich einen auf die Klatschen gegeben, ne? So. Pendereheim. Flüssel. noch ein Haus. Oh. Oh, cool. Wie cool ist diese... Das ist cool. Das gefällt mir sehr gut, das Haus. Und natürlich auch... Boah, das Haus gefällt mir fast schon besser als das Haus... Also das andere, wo wir so viel Geld für ausgegeben haben. So. Genau. Ich schau mal ganz kurz hier unten. Oh, da muss ich... Da muss ich mich echt entscheiden, welche Rüstung... Also welche, äh... Sammlung wir quasi voll machen. Weil irgendwie gefällt mir das hier noch fast mehr. Cool. Cool, cool, cool. Also, sagt mir auf jeden Fall Bescheid, was ihr in der nächsten Folge machen wollt. Ich gehe hier noch ein bisschen rum. Wenn ihr keinen Bock mehr habt darauf, dann ist das so. Ich schaue mich ganz kurz hier noch ein bisschen um. Mit euch natürlich, wenn ihr Spaß habt. Was haben wir denn da? Geldbeutel. Töten oder getötet werden. Ein Tresor. Ein bisschen Geld. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Eine leere Schatulle. Geldbeutel und Geldbeutel. Tinten, Fass, Papierrolle. Eine leere Begräbnisurne. Warum ist die hier? Bücherschrank. Nordstreitachs. Die Nordwaffen habe ich auch irgendwie völlig vergessen, wie cool die einfach aussehen. Das Haus. So, da muss ich... Habe ich mich gerade ein wenig äh... Hüsterlt. Und weißt du, was ich mache? Lydia? Ich gebe euch Deckung. Äh, hier. Einfach nur, weil ich das witzig finde. Ich habe einen Helm für dich. Den... Den magst du bestimmt. Pass mal auf. Ja, den... Nimm den mal. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Mist, der ist nicht so gut. Okay, du siehst damit auch dumm aus. Ähm, ich gebe ihr wieder den anderen Helm. Entschuldigung. So, ein bisschen... Bisschen Zeit verpleppern, aber halt den Helm mal in der Hand. So. Dieser klassische... Äh, dieser klassische Skyrim-Helm. Ich weiß nicht. Ich finde den irgendwie nicht cool. Kleine Perle. Mhm. Großer Sack. Oh, ein Tötchen. Ähm, okay. Alles klar. Bevor wir diese Folge beenden, nochmal ganz kurz. Was machen wir in der nächsten Folge? Sagt mir Bescheid. Und was ich hier machen werde, ist einfach nur, weil ich das richtig finde, nehmen wir die Schuppenrüstung. Und kann ich da auch ein Schwert reinstecken? Nee, schade. Aber das Schwert... Wo könnte man das hinpacken, damit man das sieht? Lydia hat Probleme. So. Naja, dann hängen wir das Schwert einfach mal da hin. So. So. Ne, Eisenschwerter funken ist es doch gar nicht. Bin ich denn blöd? Das hier wäre es. So. Das kommt da hin. Das ist dann... Obwohl... Ja, warte mal. Äh, besser hier hin. Dann ergibt das ein bisschen mehr Sinn. Äh, das... Und zwar da hin. Bitte. Zack. Juhu. Genau. Also das... Um einfach zu ehren. Weißt du, sie wollte nach Sovengarde, weil sie sonst ihren Bruder niemals wiedersehen wird. Deswegen finde ich, das ist eine richtige Entscheidung. Und wie gesagt, ich finde den Keller irgendwie fast schon cooler als den anderen. Seelenreißer, Blutschwinge, schwarzer Zwergenbogen des Schicksals. Aha. Aureif, Seelenreißer. Seelenreißer haben wir doch, oder? Ne, Bogen des Schadens. Okay. Waffenständer. Wie cool. Okay, die liegen dann hier. Finde ich auch irgendwie besser. Na, ich bin mal gespannt, wie ich mich entscheiden werde. Das andere ist ein bisschen näher dran. Vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob wir hierhin überhaupt, äh, einigermaßen schnell reisen können. Ich glaube, ja, von Rorikstadt und dann hier rum. Hm. Naja. Ist vielleicht nicht die beste Entscheidung. Aber das Haus ist sehr, sehr cool. Und wenn wir in der Nähe sind, haben wir eine Möglichkeit, uns auszuruhen. Also, cool. Ist das eine Anniversary Edition, äh, Sache? Weil das ist auch für mich völlig neu. Dieses Haus. Sehr, sehr cool. Alles klar. Ähm, genau. Ich werde noch mal schauen. Nur mal so. Also, ihr werdet es sehen. Ich werde mal kurz gucken, was das für eine Dingens ist. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Ich habe irgendwie gerade Bock. Also, ähm, wenn das nichts Interessantes ist, dann jetzt schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Und sonst, bis zur nächsten Folge. Tschüss. So, noch mal ganz kurz. Äh, ich finde keinen echten Weg nach oben. Um ehrlich zu sein. Ich glaube, dass das ein bisschen komplizierter wird. Und deswegen machen wir es auf jeden Fall in der nächsten Folge. Aber, ich werde euch mal kurz zeigen. Da bin ich drüber gestolpert. Ziel, Festung, Sonnenwacht, Kerker. Und da schaue ich mal einmal ganz kurz rein, damit ihr wisst, was in der nächsten Folge auf uns wartet. Eine Höhle. Und damit sage ich einfach mal, ja, sagt mir Bescheid. Nächste Folge sollen wir den Falkenring wieder weiter aufräumen. Oder Hauptquest. Und bis dahin einfach vielen Dank, dass du da bist. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Ciao.